Die Tennisregeln und Zählweise einfach erklärt. Wie spielt man eigentlich Tennis? Die Tennisregeln können anfangs ziemlich verwirrend sein. Deshalb erfährst du in diesem Video, welche Tennisregeln du beim Spielen beachten musst und wie die Zählweise im Tennis funktioniert. Im Allgemeinen ist Tennis ein Rückschlagspiel. Das bedeutet, dass mehr als ein Spieler für ein Match benötigt wird. Bei der Anzahl der Spieler gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die bekannteste Spielvariante ist das Einzel. In diesem Match tritt ein Spieler gegen einen anderen an. Neben dem Einzel gibt es noch das Doppel. In diesem Fall stehen vier Spieler auf dem Platz, die in Zweierteams gegeneinander antreten. Hier unterscheidet man zwischen dem Herrendoppel, dem Damendoppel und dem Mixed. Beim Mixed, das auch gemischtes Doppel genannt wird, setzen sich beide Doppelpaare jeweils aus einem Spieler und einer Spielerin zusammen. Kommen wir nun zum Spielfeld. Beim Tennis ist das Spielfeld rechteckig und wird durch die Grundlinien und die Seitenlinien begrenzt. Grundsätzlich beträgt die Länge 23,77 Meter. Die Breite des Tennisfelds fällt je nach Spielvariante unterschiedlich aus. Wenn du Einzel spielst, dann sind es 8,23 Meter. Im Vergleich dazu ist das Doppelfeld etwas größer. Mit den Doppelstreifen liegt dir die Breite bei 10,97 Meter. In der Mitte befindet sich ein Netz, welches das Spielfeld in zwei gleich große Hälften teilt. Die Linien, die in einem Abstand von 6,40 Meter parallel zum Netz verlaufen, bezeichnet man als Aufschlagslinien. Zusätzlich erstreckt sich auf beiden Seiten jeweils eine Mittellinie vom Netz bis hin zur Aufschlagslinie. Sie teilt den Bereich in zwei gleiche Hälften, welche auch als Aufschlagfelder bekannt sind. Wegen ihrer Anordnung wird die Aufschlaglinie und die Mittellinie zusammen auch T-Linie genannt. Zur Verlängerung der Mittellinie gibt es an der Grundlinie noch eine kleine Markierung. Sie zeigt die Mitte der Grundlinie an. Im Grunde genommen fängt das Spiel mit einem Ballwechsel an. Dabei beginnt jeder Ballwechsel mit einem Aufschlag. Der erste Aufschlag geht immer von der rechten Seite aus. Du stehst hier in dem gelb markierten Feld vor der Grundlinie. Dieses Feld wird durch die gedanklich verlängerte Mittelmarkierung und Seitenlinie begrenzt. Nun holst du mit dem Schläger aus und versuchst, den Tennisball diagonal in das Aufschlagfeld deines Gegners zu bringen. Prinzipiell zählen die Linien ebenfalls zum Tennisfeld. Wenn der Ball also auf der Linie landet, ist dein Aufschlag gültig. Sollte der Ball im Netz oder im Aus landen, bekommst du noch einen zweiten Versuch. Falls auch dieser fehlschlägt, dann hat dein Gegner den Ballwechsel gewonnen und erhält einen Punkt. Einen Fehler dieser Art nennt man auch Doppelfehler. Wichtig ist, dass du während des Aufschlags den gelben Bereich nicht verlässt. Du solltest besonders darauf achten, die Grundlinie nicht zu betreten. Denn sonst begehst du einen Fußfehler und dein Aufschlag ist ungültig. Eine weitere Regel, die du kennen solltest, ist der Netzroller beim Aufschlag. Hier kommt es darauf an, ob der Ball im Feld oder im Aus landet. Wenn der Ball ins Aus fliegt, ist der Aufschlag ganz normal ungültig. Springt der Ball allerdings im Aufschlagfeld auf, dann wird der Aufschlag wiederholt. Im Folgenden schlägst du immer abwechselnd von rechts und von links auf. Beim zweiten Ballwechsel startest du auf der linken Seite mit dem Aufschlag. Jetzt musst du den Ball diagonal nach rechts in das andere Aufschlagfeld schlagen. Im Anschluss spielt er den Punkt aus. Beim dritten Ballwechsel stehst du dann wieder auf der rechten Seite. Der vierte Ballwechsel wird dann von links eröffnet und so weiter. Insgesamt setzt sich ein Tennismatch aus verschiedenen Zähleinheiten zusammen. Grundsätzlich ist das Match erstmal in mehrere Sätze unterteilt. Die Sätze bestehen wiederum aus einer Folge von Aufschlagspielen. Diese Aufschlagspiele sind nochmals in einzelne Punkte gegliedert. Der Punkt bildet die kleinste Zähleinheit im Tennis. Er wird dem Gewinner des jeweiligen Ballwechsels zugeteilt. Nach einem korrekten Aufschlag hast du und dein Gegner die Aufgabe, den Tennisball in das gültige Spielfeld zu schlagen. Dieses Feld ist auf beiden Seiten durch das Netz, die beiden Seitenlinien und die Grundlinie abgegrenzt. Beim Doppel erweitert sich das Tennisfeld mit den äußeren Seitenlinien. Der Ballwechsel geht dann so lange weiter, bis einer von euch den Ball nicht mehr zurück in das Spielfeld des Gegners bringen kann. Du gewinnst also einen Punkt, wenn dein Gegner den Ball ins Netz schlägt, dein Gegner den Ball ins Aus schlägt oder der Ball auf der gegnerischen Seite mehr als einmal aufspringt. Jedes Aufschlagspiel besteht aus einer Serie von ausgespielten Punkten. Einfach gesagt brauchst du für den Gewinn eines Aufschlagspiels 4 Punkte. Wir zählen diese Punkte aber mit einem anderen System. Gewinnst du den ersten Punkt, steht es 15 zu 0 für dich. Wenn du auch den zweiten Punkt gewinnst, dann führst du mit 30 zu 0. Falls du dir den dritten Punkt holst, steht es 40 zu 0. Und beim vierten Punktgewinn sicherst du dir das Spiel. Bei dieser Zählweise nennt man den Punktstand des Aufschlägers immer zuerst. Bist du beispielsweise Aufschläger und hast zwei Punkte erspielt und dein Gegner nur einen, dann lautet der Spielstand 30 zu 15. Besitzt dein Gegner jedoch zwei Punkte und du lediglich einen, dann lautet der Spielstand 15 zu 30. Beachte, dass du einen Vorsprung von mindestens zwei Punkten haben musst, um ein Aufschlagspiel zu gewinnen. Diese Besonderheit tritt auf, wenn ihr beide jeweils drei Punkte erspielt habt und es 40-40 steht. Diesen Spielstand bezeichnet man auch als Einstand. In diesem Fall benötigst du für den Spielgewinn zwei Punkte hintereinander. Erzählst du einen weiteren Punkt bei eigenem Aufschlag, besitzt du den sogenannten Vorteil. Das bedeutet, dass du nur noch einen Punkt vom Spielgewinn entfernt bist. Der Spielstand heißt nun Vorteil auf. Hat dagegen dein Gegner den Vorteil, nennt man den Spielstand Vorteil Rück. Verliert ein Spieler den folgenden Ballwechsel bei eigenem Vorteil, dann geht es wieder zurück zum Einstand. Nachdem ein Spieler das Aufschlagspiel gewinnt, wird der Aufschläger zum Rückschläger und andersrum. Du wechselst dich beim Aufschlag also immer mit deinem Gegner ab. Außerdem tauscht er die Spielhälften nach jedem ungeraden Aufschlagspiel. Demnach findet ein Seitenwechsel nach dem ersten, dem dritten, dem fünften, dem siebten Spiel und so weiter statt. Ein Satz besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Aufschlagspielen. Im Allgemeinen brauchst du sechs gewonnene Aufschlagspiele, um einen Satz für dich zu entscheiden. Solltest du zum Beispiel sechs Spiele gewinnen und dein Gegner nur zwei, dann geht der Satz mit 6 zu 2 an dich. Zusätzlich ist es notwendig, dass du einen Vorsprung von mindestens zwei Spielen vor deinem Gegner hast. Manchmal ist es aber nicht möglich, diesen Vorsprung einzuhalten. Dafür gibt es bestimmte Sonderregelungen. Habt ihr beide jeweils fünf Spiele gewonnen, lautet der Spielstand 5 zu 5. Bei dieser Konstellation kann der Satz entschieden werden, wenn einer von euch die nächsten zwei Aufschlagspiele gewinnt. Dann geht der Satz mit 7 zu 5 an den entsprechenden Gewinner. Bei einem Spielstand von 6 zu 6 wird ein sogenanntes Tiebreak ausgetragen. Das ist ein besonderes Aufschlagspiel, in dem du sieben Punkte benötigst, um das Tiebreak und somit auch den Satz zu gewinnen. Dabei werden die Punkte nicht mit 15, 30 und 40, sondern mit den ganz normalen Zahlen, nämlich 1, 2, 3 und so weiter gezählt. Wichtig ist hier ebenfalls der Unterschied von zwei Punkten. Beispielsweise würde es bei einem Stand von 7 zu 7 mindestens bis 9 gehen. Bei diesem Spiel erfolgt der Aufschlagwechsel nach dem ersten Punkt im Abstand von zwei Punkten. Zudem wechselt ihr nach sechs gespielten Punkten die Seiten, zum Beispiel wenn es 4 zu 2 steht. Eine Ausnahme gibt es im Herren-Einzel bei den Grand Slam-Turnieren. Dort spielt man im Entscheidungssatz beim Stand von 6 zu 6 keinen Tiebreak. Stattdessen wird dort auf zwei Spiele Vorsprung gespielt, zum Beispiel bis 8 zu 6. Generell ist das Ziel des Spiels, dass du mehr Sätze als dein Gegner gewinnst. Um einen eindeutigen Gegner zu ermitteln, ist die Anzahl an maximal gespielten Sätzen deshalb ungerade. Im Tennis ist der am häufigsten verwendete Spielmodus das Best-of-3-Format. Bei diesem Modus gewinnt der Spieler, der zuerst zwei Sätze für sich entscheidet. Das Spiel kann also beispielsweise 2-0 in Sätzen für einen Spieler ausgehen. Bei Satzgleichstand, also 1 zu 1, wird ein Entscheidungssatz ausgespielt. Hier geht es dann über die maximale Distanz von drei Sätzen. Der Best-of-5-Modus kommt ausschließlich im Herren-Einzel bei den Grand Slam-Turnieren zum Einsatz. Diese Matches sind oftmals wesentlich länger, da der Sieger dort drei Gewinnsätze benötigt. Das bedeutet, dass dann bis zu fünf Sätze gespielt werden können. Das war unsere Erklärung zu den Tennisregeln und der Zählweise. Wenn du diese Regeln verstanden hast, kann auf dem Platz nichts mehr schief gehen. Vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Tennis-Videos zu verpassen. Und werfe auch unbedingt einen Blick auf unsere Website tennis-uni.com für mehr Tipps und Tricks rund um das Thema Tennis. Falls du noch irgendwelche Fragen zu den Regeln oder zur Zählweise hast, dann stelle sie einfach unten in den Kommentaren. Viel Spaß beim Tennisspielen!